Wie das bei ihm immer runter hängt. Hast du die Kamera auch an? Ja. Wunderbar! Junge, die Federung geht vorne so weit runter. Was sagst du dazu? Mach mal bitte. Ja, schnell weg hier! Vollgas! Komm, wir fahren hier rechts drauf. Ich sag, du hast gesagt, ich soll wachen. Er ist am Basteln. Was macht er denn da? Er stellt irgendwas am Vergaser rum. Da kommt dann. Das ist nicht da rein. Boah! Tja! Ey, kostbar halt, das ist ne gute Idee. Ich hab mich am Telefon oder so. Auf seine Reaktion im Video bin ich gespannt. In seinem Video. Ja, wenn er was reinschneidet. Höö! 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 Er ist beschäftigt. Höö! 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 Er ist so noch anhölen, was stimmt. Er hat den Blinker noch an! Hä? Er hat den Blinker noch an! Was hat er an? Den Blinker! Ich würde sagen, in dieses Video schneide ich auch nur die Highlights rein, weil ihr habt ja schon mal die Fahrt zum Kanal gesehen. Mit zwei Personen zu fahren, das ist natürlich auch immer etwas schwammiger. Und ich möchte ihn auch nicht so unter Volllast fahren. Weil jetzt die ganze Zeit Vollgas, ey. Ne. Ist ja auch nicht gut für den Spritverbrauch. Gut bergauf vielleicht, damit man die Geschwindigkeit halten kann. Aber ansonsten machen wir ganz entspannt. Trotz Gegenwind ist mir richtig warm, ey. Eieieiei. Es ist echt ein schönes Wetter. Kann von mir aus das ganze Jahr über so bleiben. Aber auf Topspeed komme ich trotz zwei Personen auch noch. Das ist halt das Gute bei einer elektronischen Drossel. Da wird sozusagen nur der Topspeed genommen und nicht die Leistung beim Erschleunigen. So. Jetzt sind wir da. Na, wo möchte er denn hin? Nö, nö. Na, hör mal. Ist ja gar nichts für dich. Irgendwie nicht. Das ist andere Seite oder nicht? Ja. Das ist da hinten hin oder nicht? Da hinten hin oder? Ja. 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 Es geht enge rein. Mordst du? Ich bin hier anhalten. Weg zuhause. GALLAT! Es geht voll wenig los heute. Voll komisch. Elektromotor. Junge, hört sich halt echt zwar an. Ich leg mal den ersten Gang ein. Achtung. Hier ist gut, sagst du? Wunderbar. Gib die Zange her. Abonniert ihn. Jetzt können wir ein kleines ASMR machen. Ein kleines ASMR machen. Au. Meine Hunde ist alles offen. Was? Die Kamera ist gar nicht voll locker. Warte, zeig mal. Kannst du auch hier drin festdrehen, oder nicht? Warte, 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 warte. Dreh mal fest. Ist fest? Jo. Und gerade. Ich mache jetzt am besten meine Verabschiedung, oder? Darf ich auch mit rein? Ja, ja. Ja, Leute, ihr macht jetzt auch mit Tata's Video. Schaut gerne bei ihm vorbei. Natürlich auch bei mir. Natürlich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute. Ciao. Tschau. Ciao. Das war's.